Durch Homefarming zum Selbstversorger. Ist das vielleicht auch schon immer euer Traum? Ex-Tagesschausprecherin Judith Rakas hat der Bücher zum Thema veröffentlicht und jetzt auch das Spiel. Also los, Saatgut kaufen, säen, ernten. Immer unter Berücksichtigung des Gartenjahres. Dieses Gartenjahr wird dargestellt durch den Spielplan. Wir spielen zunächst die Einsteiger-Variante. Über insgesamt drei Jahre versuchen wir uns im Gärtnern und das immer vom März bis zum November. Jeder besitzt einen eigenen Garten in Form dieses Gartentableaus. Dazu eine bestimmte Anzahl an Aktionsmarkern je nach Spielerzahl. Im Spiel zu dritt sind das 10 Marker, ein Marker kommt auf den Beginn der Punkteleiste. Mischt die vier verschiedenen Kartenarten getrennt voneinander und bildet jeweils eigene Stapel daraus. Deckt von jedem Stapel drei erste zufällige Karten auf. Ganz links befindet sich das Obst, daneben drei Stapel mit Gemüse in verschiedenen Zergeraden. Die Zergerade erkennen wir an den farbigen Halbkreisen auf den Karten von Rot gleich stark über Mittel in Gelb bis Grün gleich schwach. Das Obst hat keine solche Markierung. Zieht nun von jedem Stapel zwei zufällige Karten auf die Hand. Sucht euch aus eurer Auswahl an Karten dann vier aus, mit denen ihr ins Spiel starten möchtet. Die anderen Karten legt ihr erst einmal wieder ab. Jetzt kann das Spiel beginnen. Schauen wir uns zunächst einmal den generellen Spielablauf an. Grundsätzlich darf ich nur freie Aktionsfelder belegen und das dann immer in der Reihenfolge des Gartenjahres. Wo ich ins Spiel starte, ist mir überlassen. Ich könnte beispielsweise meinen Aktionsmarker hier auf dieses freie Feld im März setzen und die entsprechende Aktion, die dieses Feld bietet, ausführen. Dann ist die nächste Person dran, auch sie wählt ein freies Aktionsfeld aus, zum Beispiel dieses hier und führt die Aktion aus. Auch die dritte Person wählt ein Feld, zum Beispiel dieses hier, führt die Aktion aus und dann bin ich wieder am Zug. Jetzt muss ich ein freies Feld wählen, das sich nach meinem zuletzt gesetzten Marker befindet. Heißt also ein weiteres Feld hier im März oder ich kann natürlich auch direkt in den nächsten Monat oder in einen folgenden Monat springen, so wie ich das möchte. Beispielsweise jetzt hier dieses Feld belegen im April. Die Aktion führe ich aus, die nächste Person ist dran. Gelb wählt dann beispielsweise dieses Feld hier. Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Aktion, dazu kommen wir gleich. Die Aktion stelle ich euch dann noch genauer vor. Auch Blau hat sich für eine Aktion entschieden. Ich bin wieder am Zug und ich muss wieder ein freies Feld wählen, das sich an meinen zuletzt gesetzten Marker anschließt. Ich kann nicht rückwärts laufen, das heißt, ich kann keine Aktion mehr im März ausführen oder weiter vorne im April. Ich könnte meinen Marker beispielsweise hier auf dieses Feld legen oder auf dieses hier oder auch direkt hier auf dieses. Das ist mir überlassen. Wichtig, Felder mit so einer gestrichelten Umrandung müssen immer gleich mit zwei Markern belegt werden. Manche Felder liefern dann auch gleich mehrfach die angegebene Aktion oder mit so einer lilanen Markierung eine Plage. Die betrifft dann alle Personen. So ein Jahr endet dann mit der sogenannten Gartenruhe. Da gibt es dann eine Wertung und verschiedene administrative Sachen. So, jetzt schauen wir uns die Aktion aber mal genauer an. Wähle ich so ein Feld mit so einem Einkaufswagen, dann darf ich Saatgut kaufen. Das heißt, ich nehme eine Karte aus der Auslage, direkt oben vom Stapel oder eine von den aufgedeckten Karten. Zum Beispiel diese Tomate hier, die kommt auf meine Hand. Der freie Platz wird mit einer neuen Karte aufgefüllt. Wir betrachten jetzt mal nur meine Spielzüge. In meinem nächsten Spielzug wähle ich dann so ein grünes Feld hier. Da darf ich dann säen. Das heißt, ich darf eine Karte von meiner Hand in meinen Garten spielen. Auch da gibt es wieder Felder, die das gleich mehrfach erlauben. Beim Säen muss ich die Aussaatzeiten meiner Karten beachten. Und die sind auf der linken Seite der Karten grün markiert. Das heißt, hier sind die Monate angegeben, in denen so eine Pflanze ausgesät werden darf. Die Möhren beispielsweise zwischen März und Juli. Die Mirabelle nur zwischen Juli und September. Die Erbse zwischen März und Mai oder die Tomate im Mai oder Juni. Ich wähle jetzt beispielsweise die Erbse, denn ich befinde mich ja im März. Die belegt also jetzt ein freies Beet in meinem Garten. Um die Leckerpunkte, die darauf angegeben sind, zu ernten, muss ich auch hier wieder die Zeiten beachten. Die Erntezeiten finden wir rechts auf den Karten in Orange markiert. So könnte ich die Erbse beispielsweise zwischen Mai und Juli ernten. Da wähle ich dann in meiner nächsten Aktion hier so ein Erntefeld im Mai. Ja, so liefert mir die Erbse bei der Ernte dann fünf Leckerpunkte. Auf der Rückseite gibt es dann auch noch zusätzliche Informationen zur Pflanze. Diese fünf Punkte markiere ich auf der Punkteleiste. Effizienter sind solche Aktionen, wenn ich mit nur einer Aktion gleich mehrere Karten verbinden kann. So könnte ich beispielsweise auf diesem Feld hier bis zu vier Pflanzen auf einmal sehen. Dazu muss ich das Feld mit gleich zwei Markern belegen, denn es ist gestrichelt umrandet. Vor allem hat es aber auch dieses lila Käfer-Symbol. Das heißt, hier wird eine Plage verursacht. Ja, da muss ich so eine lilafarbene Plagenkarte vom Stapel ziehen und sie gilt nun für alle Personen. Das ist jetzt hier die Dürre und die macht uns allen zu schaffen und jeder Homefarmer verliert fünf Leckerpunkte. Na super, dann marschiere ich mit meinem Punktemarker also mal eben wieder zurück zur Null. Okay, aber das Gute, ich darf jetzt auf diesem Aktionsfeld bis zu vier Mal sehen und ich befinde mich im Monat Juni. Ich darf also nur Karten auswählen, die am linken Rand in ihrem Aussaatzeitraum den Juni beinhalten. Das wäre hier beispielsweise die Tomate, das wäre auch die Kresse und ich könnte noch diese Karte hier ausspielen, nämlich die Möhren. Jetzt sehen wir auf manchen Karten ja so Felder mit Herzsymbolen. Um diese Pflanzen kann ich mich besonders kümmern, um zusätzliche Punkte zu verdienen. Kümmermarker erhalte ich auf diesen Herzsymbolfeldern. Dieses Feld hier müsste ich beispielsweise wieder gleich mit zwei Markern belegen. Dafür halte ich dann, wie angegeben an dieser Stelle, zwei Kümmermarker und die setze ich jetzt direkt ein. Bis zu zweimal könnte ich die Tomate um sechs Punkte steigern, denn die ist eigentlich null Punkte wert, die Möhren um drei Punkte. Ja, dann macht es natürlich mehr Sinn, beide Marker hier auf die Tomate zu legen. Die sollte ich dann natürlich auch ernten, denn nur so erhalte ich die Punkte. Ja, das spiele ich natürlich nicht allein und meine Mitspieler werden mir auch wichtige Aktionsfelder wegnehmen. Dann muss ich also immer schon etwas vorausschauend spielen und auch rechtzeitig zugreifen, um eine Aktion ausführen zu können. So möchte ich ja beispielsweise mein ausgesätes Gemüse auch ernten. Also wähle ich jetzt als nächste Aktion das freie Feld hier im August. Da darf ich zweimal ernten. Alle drei Gemüsekarten, die sich in meinem Garten befinden, befinden sich im August im entsprechenden Erntezeitraum. Ja, die Tomate bringt mir dann durch die beiden Kümmermarker zwölf Punkte und die Möhren bringen mir immerhin noch fünf Punkte. Die hätte ich auf acht steigern können, hätte ich auch hier noch einen Kümmermarker platziert. Habe ich jetzt nicht, aber fünf Punkte sind ja besser als nichts. Auf jeden Fall auch mehr als die vier Punkte, die ich über die Kresse erhalten hätte. Ja, das sind dann einfach mal 17 Punkte auf einmal. Sehr schön. Im nächsten Spielzug könnte ich dann beispielsweise auch direkt wieder neu sehen. Hier gleich zweimal. Eine Besonderheit bildet da das Obst. Obst wird gesät, kann aber erst im darauf folgenden Jahr geerntet werden. So eine Karte wird erst einmal verdeckt in den eigenen Garten gelegt. Erst im folgenden Jahr trägt die Pflanze also Früchte. Ja, wer genau hingeschaut hat, wird gemerkt haben, dass ich euch ein Symbol noch nicht erklärt habe. Das sind nämlich diese gelben Felder hier mit den Hühnern. Wann immer ich ein Huhn erhalte, lege ich das Plättchen zunächst verdeckt hier oben rechts auf meine Tafel. Das können auch gleich mehrere Hühner auf einmal sein, die ich erhalte. Punkte erhalte ich am Jahresende. Für Hühner allerdings nur, wenn ich mich um sie gekümmert habe. Ich benötige also so einen Kümmermarker. Damit darf ich gleich zwei Hühner auf die Vorderseite drehen. Ja, diese beiden Hühner würden mir nun am Jahresende Punkte bringen und das Jahresende findet statt, wenn niemand mehr Aktionsmarker platzieren kann. In der sogenannten Gartenruhe wertet jeder zunächst seine eigenen Hühner, also die auf die Vorderseite gedrehten Hühner. Da besitze ich zwei, die liefern mir also fünf Punkte. Die Plättchen werden im Anschluss allerdings wieder auf die Rückseite gedreht. Im nächsten Jahr muss ich mich erneut um die Hühner kümmern, damit sie mir wieder Punkte bescheren. Ein gesätes, aber nicht geerntetes Gemüse verdirbt. Das heißt, diese Karten muss ich ungenutzt von meiner Tafel entfernen. Obst hingegen drehe ich auf die Vorderseite. Da muss ich jetzt den Erntezeitraum beachten. Im neuen Jahr kann ich dann die entsprechenden Früchte ernten und dafür Leckerpunkte kassieren. Dann wird die Karte wieder umgedreht und in der nächsten Gartenruhe wieder neu aktiviert. Das heißt, Obst kann mehrfachpunkte liefern. Kleine Ergänzung noch zum Obst an dieser Stelle. Da gibt es Pflanzen, die erfordern zwei Exemplare im eigenen Garten, damit sie mir überhaupt Punkte liefern. Die Kirsche beispielsweise liefert mir für die erste Pflanze auf jeden Fall null Punkte. Habe ich zwei Pflanzen in meinem Garten, dann trägt die Pflanze Früchte und ich erhalte sieben Punkte. Ich kann dann auch noch mit einem Kümmermarker drei zusätzliche Punkte für diese Pflanze erhalten. Zurück zur Gartenruhe. Was passiert dann noch? Wir erhalten alle unsere Aktionsmarker zurück. Außerdem wird der Startspielermarker an die nächste Person in der Sitzreihenfolge weitergegeben und dann wird das nächste Gartenjahr gespielt. Gespielt werden auf diese Art und Weise insgesamt drei Jahre und nach dem dritten Jahr gewinnt, wer nun die meisten Punkte gesammelt hat. Wer das Spiel schon besser kennt, kann es dann auch in der Profiversion spielen. Dann wird der Spielplan auf die Rückseite gedreht. Da gibt es dann ein neues Aktionsfeld. Das sind diese weißen Felder hier. Da darf ich bauen. Zum Beispiel so ein Gewächshaus. Manche Karten besitzen hier unten so ein Gewächshaussymbol, das ich nur in der Profivariante beachte. Um so eine Karte zu ernten und die Punkte zu kassieren, benötige ich das Gewächshaus, das mir per se auch schon mal drei Punkte bringt. Ich kann auch Pflanzen ohne ein Gewächshaussymbol in einem Gewächshaus anpflanzen, dann bringen sie mir einfach einen Leckerpunkt mehr als auf der Karte angegeben. Alternativ kann ich auch solche Schutzmaßnahmen bauen. So ein Schneckenzaun, eine Wassertonne, ein Hühlmausgitter, ein Gemüsenetz oder ein Hühnergehege. Diese Karten bringen mir teilweise auch direkt Punkte beim Bau. Außerdem schützen sie mich vor entsprechenden Plagen. Kommt beispielsweise der Habicht, dann stiehlt er mir ein Huhn aus meinem Garten. Hätte ich da jetzt vorzeitig das Hühnergehege gebaut, dann könnte mir der Habicht nichts anhaben und ich behalte meine Hühner, egal ob ich mich in diesem Jahr schon um sie gekümmert habe oder noch nicht. Wichtig werden in der Profivariante dann auch Fruchtwechsel und Fruchtfolge. Habe ich ein Gemüse geerntet, drehe ich es nämlich jetzt erst einmal auf die Rückseite. Die Karte bleibt da so lange liegen, bis eine neue Karte an dieser Stelle angepflanzt wird. Die neue Karte darf allerdings nicht aus einer identischen botanischen Familie stammen, auch darf sie nicht denselben Zergrat besitzen. Einfacher gesagt, sowohl die Banderole oben als auch der Halbkreis unten müssen andere Farben besitzen, als sie auf der Karte zu sehen waren, die dort vorher angepflanzt war. Eines haben Einstiegs- und Profivariante jedoch gemein, wer nach drei Jahren die meisten Punkte auf der Punkteleiste vorweist, gewinnt. Direkt vorab, ich schwanke bei Homefarming das Spiel zwischen sechs und sieben Kultpunkten. Sechs Kultpunkte rein aus spielerischer Sicht. Wer schon Spielerfahrung besitzt, wird das Sehen und Ernten vielleicht auf Dauer als etwas monoton ansehen. Zudem gibt es so kleine Ungereimtheiten, was die sogenannten Leckerpunkte angeht. Warum bringt mir eine Pflanze, die einen großen Aussaat- und Erntezeitraum besitzt, eigentlich genauso viele Punkte wie eine Pflanze, die wirklich auf den Punkt gesetzt und geerntet werden muss? Wenn da zum Beispiel nur zwei Monate zur Auswahl stehen, ist der richtige Umgang mit einem solchen Gemüse schon schwieriger und hätte meiner Meinung nach mehr Punkte verdient. Auch die Spielerzahl beeinflusst das Spiel, denn im Spiel zu zweit besitzt jeder weniger Aktionschips als im Spiel zu viert, was die Möglichkeiten im Jahr verändert. Die Hühner sind ein nettes Beiwerk, aber wenn ich ihre Punktemöglichkeiten voll ausschöpfen möchte, rate ich doch eher ins Hintertreffen, denn mehrfaches Sehen und Ernten ist doch meist punkteträchtiger und verbraucht weniger Aktionsmarker. Sieben Punkte aber doch, weil Homefarming das Spiel nicht einfach nur eine einfache Laufspiel-Umsetzung der Buchvorlage ist, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Das Worker-Placement, das hier durch den Zeitablauf im Garten ja beeinflusst wird, ist da schon taktisch, ja planerisch, denn ich muss mich aufgrund der Gefahr, dass Felder durch die Konkurrenz blockiert werden, oftmals entscheiden, ob ich vielleicht doch einen größeren Sprung nach vorn mache, um eine für mich wichtige Aktion zu sichern. Überhaupt geht das Spiel da schon fast ein wenig übers Familienspielniveau hinaus, denn die Abfolge der Aktionen bzw. deren Timing ist hier überaus wichtig und wenn ich da nicht gut aufpasse, auch nicht auf die Anzahl der Marker, die ich besitze, kann ich schnell mal Gemüse vergammeln lassen. In der Hinsicht scheint Obst genügsamer zu sein, es bietet mir mehr Freiheiten, ein spielerisches Auffangnetz für eine ungünstige Planung gibt es jedoch nicht, sodass man jüngere Kinder gegebenenfalls dabei etwas unterstützen sollte. Die Einstiegsversion ist zunächst mal simpler im Jahr und doch sind wir schnell zur Profiversion übergegangen, weniger wegen Fruchtwechsel und Fruchtfolge, die sind relativ leicht zu managen, sondern hauptsächlich wegen der nun möglichen Bauvorhaben, die einen vor den ansonsten auch mal ärgerlichen Plagen schützen können. Ja, wenn der Habicht Hühner stiehlt, um die man sich gerade so liebevoll gekümmert hat, dann ist das für Kinder erstmal schwer zu verkraften. In der Profiversion wird da einfach das Hühnergehege gebaut und alles ist gut. Besonders schön ist das Spiel natürlich für diejenigen, die mit dem Thema wirklich etwas anfangen können. Mit den begleitenden Texten auf den Karten erfährt man da allerlei Lehrreiches und kann es zum Beispiel auch dem Nachwuchs gut vermitteln. Hat das Spiel nun eine dauerhafte Daseinsberechtigung in meinem eigenen Regal, schwer zu sagen. Als Lernspiel vielleicht ist es spielerisch nicht uninteressant, die Art des Worker Placements gefällt mir sehr gut. Aber das, was ich letztlich damit mache, wiederholt sich halt dann auch immer wieder. Für mich persönlich sind es dann wohl doch eher sechs Kultpunkte. Setzt sich das Spiel in der anvisierten Zielgruppe ein, wobei es doch mehr Denkanspruch erfordert, als man vielleicht zunächst glaubt, dann sind es wiederum gute sieben Punkte, wenn ich merke, dass Personen am Tisch wirklich Spaß am Gärtnern haben. Entscheidet da am besten, selbst wo ihr euch selber einsortieren mögt. Sympathisch ist das Spiel, trotz der fiesen Plagen auf seine Art auf jeden Fall, auch wenn Expertenspieler hier natürlich kein neues Agricola, kein neues Uwe Rosenberg Spiel erwarten können.